Hallo und herzlich willkommen bei Virtus Dues in einer neuen Folge Anno 2205. Wir sind in der letzten Folge zum Mond gereist und diesmal sollen wir hier eine Intervention starten. Ein Kratzer. Nur ein Kratzer und ich schnapp sie dir einfach. Können wir Schiffe upgraden? Nee, aber wir sind auch voll. Mission mit geringer Energiereserve und sehr gefährlichen Feinden. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Fortgeschrittene für den Anfang und laden mal die Mission. Ich bin gespannt, inwiefern sich das jetzt natürlich verstärkt und ob das immer das gleiche Gewässer ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das alte aussah, muss ich eigentlich gestehen. Ich hoffe, es wird gut. So, da ist er fertig und dann gehen wir mal rein ins Ganze. Kampfstationen einnehmen. Alle Zugänge blockieren. Niemand darf entkommen. Oh Gott. Diese verlausten Kaperer greifen jedes Materialtransportschiff an, das hier durchkommt. Schick sie auf den Meeresgrund, bevor sie dasselbe mit unserer Materiallieferung machten. Oh, ich habe auch einen großen Kreuzer. Oh, hatte ich den schon immer? Und sind die neu? Ich kann es dir gar nicht sagen. Erstmal gucken wir hier die Missionen an. Was willst du? Finden sie sieben Container an Land? Okay, die kriegen wir hin. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. MP-Impulse können wir auch abliefern. Das ist eine große Bitte, aber wir fühlen uns nicht mehr sonder... Mach ich alles. Erstmal suchen wir jetzt die Container an Land. Wie sehen die aus? Das ist Treibstoff. So viel Land ist ja nicht da. Die Musik ist sehr bedrohlich. Wie sieht denn so ein Container aus? Was soll ich denn hier sieben Container finden? Ah, hier. Der hält ja Gott sei Dank durch, würde ich mal sagen, ne? Naja. Unzerstörbar bis wir da sind. Hier haben wir noch einen. Da ganz versteckt. Oh Gott, da ist auch noch ein Schiff. Drei, zwei Stück brauchen wir noch. Was soll das denn jetzt für eine Suche hier werden? Das ist keiner. Okay, muss doch irgendwo sein. Das ist auch keiner. Die Fighten hier ist ja unnormal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Mit der vollen Truppe los. Erstmal hier die Großen. So, macht sie fertig. Ich würde euch sagen, erstmal hier die hier, ne? Schön vorsichtig, natürlich. Und immer schön die Anzeigen unserer Schiffe im Auge behalten. So, das haben wir schon mal. Kampfstationen, sie greifen an. Ja, kommt mal ran hier auf den Meter. So, hier würde ich mal den hier nutzen. Nur Explosionen. Oh, komm mal weg da. Ziel bestätigt. Du nimmst mal ein bisschen Deckung. Okay. Im Gange. Roger. Ich glaube, ich muss mal reparieren. So. Festreparatur läuft. Aber irgendwie habe ich jetzt immer noch nicht weiter gesehen. Also wir müssen auf jeden Fall den schnappen. Bestätigt. Fahren wir jetzt am besten nicht immer so rum. Wir gehen einfach mal durch die Mitte. Wir werden angegriffen. Okay, die sind schon mal weg. Grünes Licht. Und da Stützer, Leute. Zack. Einen nach dem anderen holen wir uns mal noch ein Schild ran. So. Die greifen uns aber auch jetzt gerade nicht wirklich an. Oder jetzt. Ziel bestätigt. Okay, den einen können wir abgeben. Die Unterstützerflotte können wir nochmal holen. Ziel bestätigt. So, einen am anderen natürlich. Die machen die schön platt. Oh. Die Standsetzung läuft. Waffensysteme bereit. Treffst du auch mit an? Bereit für Einsatz. So, komm. Und dich auch noch. Okay. Was sagt er dazu? Erste Schiff haben wir gerettet. Oh, shit. Komm schon, Jungs. Mal kurz in Deckung. So, läuft doch. Einmal aufladen. So, hat noch irgendwer Container gesehen, die wir mitnehmen können? Ne, irgendwas sollen wir abliefern. Liefern sie drei MP Impulse ab. Das ist ja cool. Das ist hier. Fahren wir doch erstmal dahin. Verstanden. Die Container suchen wir danach wahrscheinlich nochmal schnell. Volle Kraft voraus. Was will denn jetzt hier? Mal Gummi. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Grünes Licht. Keine Minute Ruhe hier. Reparatursysteme online. So, und die Mission haben wir auch erfüllt. Das ist schon mal gut. Der alte Nick wusste, dass du das erledigst. Danke. Du kriegst alles auf die Reihe. Was? Ich will mal noch Container suchen. Die müssen doch irgendwo sein. Ist doch nicht. Ich sag zwar immer, ich lass bis zum Ende. Aber, will ich nicht. Die liegen auch sehr versteckt. Habe ich das Gefühl. Da ist noch einer. Okay. So. Okay. Wahrscheinlich dann hier irgendwo. Weil hier habe ich noch keinen gefunden. Ne, das ist auch keiner. Okay. Das dachte ich schon. Ja, sieht gut aus. Aber nein. Okay. Ich habe jetzt alles schon zweimal abgesucht. Okay. Egal. Was haben wir noch für Aufgaben? Für Nutzen-Unterstützerflotte brauche ich noch ein paar Mal. Ziel bestätigt. Ziehen am besten mal hier so durch. Wir werden angegriffen. Arbeiterfreunde zur Hilfe gerufen. Ihr macht das schon. Den großen Kreuzer vor allen Dingen hier platt machen. Starte. Die Klärpakete. Alle zum Einsatz. Boah, der lebt ja immer noch. Oh, bedo abgefeuert. Ne, du bleibst hier. Komm mal schnell wieder hier. Verstanden. Es ist noch gefährlicher als es aussieht. Oh, hier geht es gerade richtig ab. Oh, hier geht es gerade richtig ab. So, das finde ich schon mal ziemlich cool. So, erstmal Luft holen. Sind unterwegs. Dreimal soll ich die Unterstützerflotte noch rufen. Kriegen wir hin. Grünes Licht. Wir brauchen hier alles. Okay, die haben wir auch. Wir müssen ja so oder so hier oben lang. Da braucht man nicht rein. Okay. Volle Kraft voraus. Da kommen sie schon wieder. Keine Minute Ruhe. So, erstmal hier die Türmchen. Okay, lassen wir mich noch in Ruhe. Okay. Macht sie alle Platz. Korrekt. Verstanden. Diese Nachricht kam gerade rein. Danke. Gratulation zu ihrem Sieg. Energieschilde aktiv. So. Ich habe die ja hier unten gut im Blick. Dann kann ich jetzt auch nochmal gucken. Wir werden angegriffen. Ja, weiß ich. Wir suchen immer noch Land. Vielleicht mal von der Seite so. Jetzt sehe ich da mehr. Einfach so reinrauschen und alles zum Guten wenden. Unsere Mannschaften werden es dir danken. Egal. Denen hast du es gezeigt. Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast. Egal auf Sammeln. Hier, guck mal. Wir haben jetzt die sechs Stück. Richtig cool. All Level Up. Militärstufe 1. Da haben wir alles. Die müssen sich noch beweisen später. Also, auf jeden Fall richtig cool. Komm. Beenden wir die ganze Sache mal. Haben wir fertig. So einfach ist es. Und ich glaube, so ganz sind wir noch nicht durch. Ja, wir sollen nämlich die hier machen. Ja, ich weiß, dass ihr das hier benötigt. Und vor allen Dingen auch. Ich kann mal Routenübersicht. Neue Route machen. Und zwar hier spritzen. Und da. Ach so. Okay, vergiss es. Wir haben nicht die militärischen Mittel, um damit umzugehen. 200. Oh, geil. Dann könnte es anders aussehen. Komm, wir probieren mal Experte. Das kriegen wir jetzt noch hin. Machen wir hier eine ganze Seeschlachten-Simulation. Kohle haben wir ja. Der lädt halt jetzt schön fleißig, schnell. Hoffe ich doch mal. Und dann. Oh ja, ihr braucht noch Angestellten viel Zugang zu wichtigen Diensten. Ja, weiß ich. Da müssen wir uns dann doch wieder in der nächsten Folge einfach umkümmern. Und keine Minute zu früh. Die Orbital Watch. Sie hat alles aufgefahren, was sie hat. Gott, sie wissen, dass wir uns nicht verteidigen können. Nur trotzdem bedrohen sie uns mit einer Welle Schlachtschiffe nach der anderen. Wir brauchen hier unbedingt ihre Unterstützung. Du wirst dir wünschen, niemals einen Fuß auf unser Gebiet gesetzt zu haben. Die erste Welle wird die zweite wegfegen. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, was meine Mission ist. Ja, die soll ich alle zerstören. Okay. Wollt ihr von mir? Wenn du wirst, wo du weitergehst, werden die Auswirkungen... Kriegen wir hin. Ich hätte da einen Job für dich, aber dann könnte es richtig zur Sache gehen. Ziel bestätigt. Starten wir doch mal durch. Boah, die feiten ja bis hier rüber. Oh Gott. Grünes Licht. Mach die erstmal hier platt. Grünes Licht. Geh mal in Deckung. Geh mal in Deckung. Nein. Geh mal in Deckung. Nein. Im Gange. Verstanden. Wir sinken. Ziel bestätigt. Gott. Ich habe fast alles verloren, was ich besitze. Bereit für Einsatz. Nee, 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 nee. Volle Kraft voraus. Sind unterwegs. Hilfe, absch. In die Rettungsboote. Okay. Das war mal ein Schuss in den Ofen. Ich hoffe, das hat mich jetzt hier im Mission verlassen kommen. Man sollte meinen, dass es etwas bringt, wenn man schon Gewalt anwendet. So, komm, müssen wir einander mal wiederholen, also dafür sind wir noch echt zu schlecht. Ich glaube, da müssen wir doch eher mit einer höheren Missionsstufe das ganze Ding gewinnen, weil so läuft es garantiert nicht. Aber das kriegen wir in der nächsten Folge schon irgendwie gebacken. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn ja, lasst mir doch auch einen Kommentar da. Abo, Däumchen, ihr kennt das Spielchen. Teilen, liken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.